Hallo, mein Name ist Andreas Edl und ich begebe mich heute für euch in Gefahr. Hallo, wir befinden uns heute hier am Trainingsgelände der Austria Wien in Favoriten. Da werde ich ein exklusives Torhüter-Training mit Nationaltorhüter Heinz Lindner absolvieren. Ich freue mich schon auf die 100 kmh schnellen Schütze der Austria Spieler. Das ist der Nationaltorhüter Heinz Lindner. Der wird mir da jetzt eine kleine Einführung geben. Auf was kann ich mir da einstellen, was wird mir erwarten? Normalerweise machen wir im Torhüter-Training nicht mehr so toll. Der Technik einfangen, Grundtechnikenübungen einfach. Aber heute werde ich etwas anderes erwarten. Wir schießen einfach die Ballen links, rechts und rechts. Super. Das ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber ich glaube, bleibt beim Journalismus bei dir. Es wird nichts mehr, weil es einfach vom Tunnel befreit. Ja, danke schön. Da kann man nichts machen. Ich weiß, Bälle haben mir schon immer mehr Angst gemacht. Ja, man hat es gesehen. Und von dem her, ich glaube, der Schreibtisch tut er besser. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Also dagegen war der Ketterturm von der Vega ziemlich leicht, muss ich sagen. Mit Fußbällen habe ich mich noch nie so gut vertragen. Ich glaube, wir haben uns auch gar nicht den Finger gebrochen.